Einen schönen guten Morgen hier im Freizeitpark. Wie ihr seht mache ich eine Rundfahrt mit den Oldtimern. Heute ist das 7. Juni, kurz nach 9 Uhr. Bier mit Marble. Eine Oldtimerfahrt, die ist lustig. Eine Oldtimerfahrt, die ist schön. Ja, da kann man so viele wunderschöne Büsche sehen. Allahi, Allaho, Allahi, Allaho, Allahi, Allaho. Ah, ist das schön gemütlich. Ja, mit Lenken. Am, 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 am. Ja, der Oldtimer ist etwas laut, meine Damen, meine Herren, aber es ist halt ein Oldtimer. Hier Loni, ein V-Lenzen. Hier ein V. Ein ausrangierter Oldtimer. Hier Solar. Die kleine Eisenbahn. Ja, da braucht es. Eine Oldtimerfahrt, die ist lustig. Eine Oldtimerfahrt, die ist schön. Und schon sind wir wieder im Bahnhof. Er verringert das, die Geschwindigkeit. Und das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich und bis irgendwann. Der René. Öffish wirze superfic. Ewertig über die Musik zu machen. Es geht über dieë Zeit.